Kommen die jetzt hier durch? Nee, ne? Also chillisch looten? Oh mein Gott, ich chillisch looten. Oh mein Gott. Red dich um. Oh, oh. Oh. Oh, 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 oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. jetzt haben wir zwei klicker oder ist das nur ein klicker ist nur ein klicker hier so schön dass man gegner von vorne sogar packen kann ich sehe gerade wir haben nichts zum schlagen ich hätte fast eine flasche auf das vieh geschmissen und dann wäre es das gewesen dran gewesen der zombie macht sich voll den umweg schokoriegel zur entspannung wir leben noch ja teamwork kommt schon hier gibt es sonst nix dieser so ein chemie raum schon so sprengstoff oder so irgendwie sowas jetzt bin ich aber hart enttäuscht und jede menge kamen so dass eine flasche ich hätte gedacht die gibt es mehr ja ja 3 2 1 3 2 1 3 2 1 oh ja die sporthalle daran kann ich mich noch erinnern das wird sie nicht lange auf das klingt nicht gut kommt ein riesen riesen champing aber die dürfte da ja eigentlich nichts passieren der effekt sieht cool aus ein facelift ding umsonst ich dachte 4 shotgun schüsse reichen mit molotovs aber ich habe Ah, ich bin so ein Benscher. Ah, ich bin so ein Benscher. Ah, das Ding ist ja fast so schnell wie ich. Lauf, Joel, lauf, lauf. Da musst du erst nachladen, bevor er laufen kann, weil das ist ja wichtiger. Flotter werfen Puzzeln, die eine ätzende Wolke hinterlassen. Halte dich fern. Achso, ich dachte, das wären diese Sporen, die ich zum Zombie machen würde. Burn, Baby, burn. Ah! Ich schlacht habe ein bisschen Kulomier aus, oder? Oh, Puh! Was war das für ein großer Typ! Er ist schon sehr lange infiziert. Wir nennen sie Bloater. Bloater! Okay, verstanden. Ich unterbreche nur ungern die Aufklärungsstunde, aber können wir endlich hier weg? Bitte! Hat noch jemand irgendwo nie verloren oder so? Schlettern wir auf die Tribüne. Hilf mir herauf, Joel! Ah, sofort. Ein Moment. Uh, neuer Baseballschläger. Tauscht mal gerne ein. Bloater. Ähm, Medikit. Ah, ja. So können wir eins herstellen. Zack. Und meins. Und meins. Oh, das war... Jetzt hat er das komplett genommen. Ah, egal. Sieht aus, als ob hier ohne Ende Sporen sind und Joel läuft hier einfach drinnen rum. Der Jute Joel. Und ich soll dir da hochhelfen? Wie wär's, wenn du mir da hochhilfst? Du siehst aus, als ob du mich leichter hochkriegst, als ich dich. Okay, gehen wir, Leute. Okay. Los geht's. Ellie hat mir geholfen. Gut, komm, Joel, komm. Joel, hinter dir! Was? Verdammter Scheiße! Ah, die Kamera! Oh, Scheiße! Okay, okay! Was denn? Warum kommt denn der Ton, als ob ich noch nicht erwischt wurde? Die haben mich noch nicht erwischt. Schieß doch nicht! Oder doch, schieß! Sehr gut! Oh, nice! Ich hasse diese Dinger! Lalalala! Teamwork! Okay, geschafft, dann los! Komm hoch hier! Wie viel Blut der verloren hat. Zieh mich hoch! Hups! Wenn wir es jetzt auch schaffen können, wo anstatt du mir sagst, hey, hinter dir hättest du mich schnell hochziehen können. Hier lang! Boah, das ist aber hoch. Okay, ich laufe einfach. Wir sind leichte Beute! Hier ist noch eine Leiter! Ja, da auch! Komm, weiter! Boah, die sind noch direkt hier! Hey, die Kletter! Ich dachte, die hauen jetzt die Leiter um oder so. Das schützt uns! Das schützt uns! Okay, ähm... Und wer ist Frank? Er war mein Partner. Ja, da hat er auch keinen Bock mehr auf dich gehabt, oder? Nur ein Volltrottel wie er würde so ein Hemd tragen. Das sind Bisse. Ja... Und... Hm. Er... ...wollte sich bestimmt nicht verwandeln, also... Ja, scheint so. Na, scheiß drauf! Schaut mal, Jungs! Das Ding läuft noch! Das ist meine Batterie! Hm. Das verdammte Arschloch! Wollte abbauen! Steig aus! Steig aus! Okay. Mann. Die Batterie ist leer, aber... Die Zellen sind noch okay. Das heißt? Das heißt, wir schieben, wir starten und die Lichtmaschine lädt die Batterie. Und das soll gehen? Hey, du wolltest einen Plan B. Mehr ist eben nicht drin. Was meinst du? Ich meine, du fährst und wir schieben. Freut dich sich direkt. Himmel! Das gehört auch mir! Also was? Du hast... Du hast mein Zeug geklaut und bist weg? Ist das so, Frank? Du solltest das Haus durchsuchen. Hier gibt's bestimmt noch was. Gute Idee. Okay. Sag Bescheid, wenn wir anfangen können! Ich lass es dich wissen! Das lass ich mir nicht zweimal sagen. Und haben wir denn hier schönes? Ein Toaster, eine Pfanne... Brauchschmerztabletten. Du hast 50 Zusätze. Bei Verwendung eines Messers... Was? Bei Verwendung eines Messers, um dich aus einem Klickergriff zu befreien, wird nur eine Messerhabbarkeit verbraucht. Okay. Schwenken... Eigentlich ist alles so ziemlich... Was war das hier? Lausch-Distanz. Lausch-Distanz. Können wir diesmal eine Vase kaputt machen? Nope. Oh, Frank, du bist aber... Du bist schon lange tot, wa? Offenbar hat... Frank, den nicht so viel bedeutet, weil... Das schon vier Jahre lang hängt. Oder keine Ahnung. Wie lange braucht man, um so auszusehen? Ruiz, ne Notiz. Und was zum Ampfen. Ach, Bill. Ich bezweifle, dass du diese Nachricht je finden wirst, weil du immer zu ängstlich warst, um diesen Teil der Stadt zu verbringen. Um in diesen Teil der Stadt zu kommen. Falls doch, sollst du wissen, dass ich dich nie ausstehen konnte. Ich hatte keine Lust mehr auf diese scheiß Stadt und dein Spießertum. Ich wollte mehr vom Leben, und das hast du nie verstanden. Und diese blöde Batterie, wegen der du immer rumgejammert hast, ich hab sie. Aber du hattest wohl recht, der Versuch, diese Stadt zu verlassen, würde mein Ende bedeuten. Trotzdem besser, als noch einen Tag mit dir zu verbringen. Viel Glück, Frank. Hm. Gehen wir nach oben. Zweite Etage oder so, nix. Nope. Bereit. Ja, jo. Oh. Ja. Guck mal, ich hab was für dich. Ich hab das gefunden und denke, du solltest das haben. So fühlst du dich. Schön leck mich da, Frank. So ein Idiot. Können wir gehen? Hm. Können sie aber ganz schön schnell lesen. Ich glaub, wir konnten noch mit Ellie reden. Ellie! Kommst du damit klar? Ja, kein Problem. Du schlägst dich ganz gut. Das solltest du wissen. Ich werde dich nicht enttäuschen. Hm. Okay. Die ist ja lieb. Okay. Dann würd ich mal sagen. Okay, Bill. Let's go. Let's go, Bill. Okay. Leg den ersten Gang ein. Ist schon passiert. Lass den Fuß auf der Kupplung. Und wenn wir dann rollen. Ich weiß. Ich lass sie kommen. Woher willst du? Weißt du was? Mir egal. Versau ist nur nicht. Okay, Ellie. Halt dich bereiten. Jetzt. Jetzt. Gib Gas. Gib Gas. Hm. Super. Hey. Ganz toll, keine. Bill. Lass gut sein. Ellie. Wir versuchen es nochmal. Konzentrier dich. Oh no. Oh no. Oh no. Ah. Okay. Der schnitzt die einfach alle auf. Bill ist ja voll der Mann. Let's go, Bill. Ja, ist ja gut. Hier ist noch bergab. Ah. Lass los. Komm schon, Bill. Tu was. Wir müssen uns beeilen. Schieb weiter. Der Shotgun ist echt gut. Ich höre hinter uns was. Nein. Nein. Au. Äh. Was ist nochmal mit dem Gewehr? Boah, ist schnell, ey. Ein Gewehrschuss macht den Klicker nicht platt. Jetzt aber. Okay, Ellie. Jetzt starten. Ups, hört Bill aus. So sinnvoll weggehauen. Wie hört sich das an, Bill? Ja. Und die Ecke vierten hört das auf. Ja. Ah. Uah. Lass raus. Geht Gas. Bitte, Ellie, kann Auto fahren. Bitte, 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 bitte. Okay, sie kann fahren. Damn. Und wie die fahren kann. Okay, das reicht. Lass einfach laufen, okay? Die Kleine hat uns fast umgebracht. Du musst zugeben, sie hat sich nicht schlecht geschlafen. Nicht schlecht, perfekt. Besser geht's gar nicht. Ja, habt keine Chance. Nö. Was ist das? Kein zu glauben, wie viele Autos noch Benzin im Tank haben. Cool. Danke. Und der Bill, wegen deinem Kumpel vorhin. Das ist echt hart. Und dich, ja. Sind wir quitt? Sind wir. Dann verschwindet endlich aus meiner Stadt. Hm. Hm. Oh Mann. Oh Mann. Hey, du solltest doch schlafen. Okay. Ich weiß, es sieht nicht so aus. Aber das hier ist gar nicht so schlecht. Es gibt nur ein Problem. Und zwar hier. Fortsetzung folgt. Hast du sowas? Wo hast du das denn her? Ähm, das ist von Bill? Das Zeug lag da einfach so rum. Hint ihr den abgezogen? Was hast du noch? Tja, ähm... Hier. Na, weck das Erinnerung. Weißt du, also das war eine Weile vor meiner Zeit. Aber die ist gut. Oh, Mann. Na, besser als nichts. Oh, das hier wird dein Freund heute Nacht sicher vermissen. Nicht 14 Finsen, aber ein paar interessante Fotos. Hot Man. Nein, Ellie, das ist nichts für dich. Wow. Wie, wie kann der denn überhaupt noch laufen mit dem Ding? Lust, tu das weg jetzt. Jetzt mal langsam. Ich will sehen, was so toll daran ist. Oh. Warum kämen die zusammen? Ähm. Ich verarsch dich nur. Und tschüss, Mann. Tschüss, Mann. Hm. Ich bin nicht mal müde. Hm. Oh, nein, 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 nein. Na, klasse. Und jetzt? Hm. Scheiß drauf. Alles zugewachsen, ey. In der Tour holt sich alles zurück. Vorsicht. Vorsicht. Oh, Mann. Hm. Sollen wir ihm helfen? Schnall dich an, Ellie. Und was ist mit ihm? Oh, dem fällt gar nichts. Oh, noch hier? Cool, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast. Lass Jill nicht zu lange warten. Klick doch hier für das nächste Video. Und vielleicht ein Abo dalassen? Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.